Ich finde es ja hier so schön, man sieht schon, man steht da und allein schon die Atmosphäre mit diesem Häuschen bringt so richtig Urlaubsstimmung und wenn man dann hineingeht in so ein Apartment, dann hat man ja Platz ohne Ende. Ich konnte glatt schon Walzer tanzen. Erzähl mal, ihr legt da großen Wert auf eurer Ausstattung? Ja, definitiv. Wir haben uns über die letzten Jahre viel, viel weiterentwickelt in der Ausstattung generell. Wir sind ein ausgezeichnetes Vier-Sterne-Resort und wir haben von Zwei-Personen-Zimmern bis Zwölf-Personen-Häusern hier auf der Anlage. Natürlich auch sehr interessant für Gruppen, aber auch für Einzelreisende, Individualreisende. Die Ausstattung ist klassisch, wie man das Hotel kennt, aber trotzdem noch mit einem Touch aus der Lüneburger Heide angelehnt. Also großzügigen Essbereich, Wohnbereich, in den größeren Häusern, dann haben wir eine Küchenzeile, Küchen-Nische, also wenn man sich auch mal wirklich zurückziehen möchte und vielleicht auch mal trotzdem abends nochmal sich was zurecht machen möchte, sehr gerne in den Zimmern, genauso im Badezimmer ganz normal. Dann haben wir unsere großzügigen, sehr, sehr gut bewerteten Betten tatsächlich. Das muss man erlebt haben. Ich habe auch hervorragend geschlafen. Ja, wirklich gut. Ja, das freut mich. Meistens ist ja die erste Nacht immer kritisch, aber das war überhaupt nicht der Fall. Ja, schön. Und ja, in den letzten Jahren haben wir uns natürlich auch da weiterentwickelt, dass wir unsere Zimmer auch modernisiert haben. Wir haben unter anderem jetzt ganz neu unsere Wellness-Suite eröffnet mit einer hauseigenen Sauna. Oh mein Gott. Oh ja. Genau, also perfekt für die Wintermonate, wenn man wirklich mal als Pärchen auch mal bei uns mal vorbeikommen möchte. Sehr, sehr gerne. Man muss nicht in den Wellnessbereich, sondern man hat auch tatsächlich auch eine eigene Sauna im Zimmer. Und du hast es zwar gerade schon gesagt, es ist die Küche drin, man kann sich schnell mal einen Kaffee und so weiter aufgrühen. Da steht alles parat, von der Kaffeemaschine bis zum Kaffee. Genau. Aber selbstverständlich haben wir hier All-Inklusiv, sprich man muss auch gar nichts tun. Keinen Handstrich rühren, sondern man kann sich einfach nur zurücklehnen. Genau so ist es. Wir kümmern uns um den gesamten Urlaub, wenn man möchte, sehr gerne, auch individuell möglich. Aber ansonsten ist natürlich unser Hauptprodukt das All-Inclusive-Programm. Das schätzen, das lieben unsere Gäste. Die kommen mehrmals im Jahr zu uns, weil die einfach genau wissen, ich zahle einen Preis und habe alles inkludiert. Ich brauche mich um nichts kümmern. Genau. Keine Katze im Sack, da kommt nichts mehr dazu. Genau so ist es. Du, aber wenn jetzt gerade diese schöne Suite mit Sauna schon gebucht ist, dann müssen jetzt die anderen auch nicht traurig sein. Denn ihr habt ja auch noch den Wellnessbereich, wo man saunieren kann, schwimmeln. Erzähl mir, was ist da alles mit dabei? Genau. Ein großer Indoor-Swimming-Pool haben wir dort. Wir haben zwei Saunen. Wir haben einen großzügigen Außenbereich, wo man sich auch mal kurz nach der Sauna entspannen kann. Auch einen Indoor-Ruhebereich gibt es ebenfalls. Und wenn man möchte, natürlich auch eine Wellness-Anwendung in Form von Massagen, Fußpflege etc. Bieten wir alles an. Also alles, was das Herz begehrt. Und meinen persönlichen Lieblingsplatz, den habe ich schon gefunden, nämlich am Strand direkt mit diesem tollen Blick aufs Wasser. Ich glaube, für jeden war es dabei. Egal ob Action oder Ruhe, schauen Sie also selbst zum Eurostrand hier im schönen Fintel in der Lüneburger Heide. Danke, Igor. Danke dir.